Hallihallo, Teamspeak 3 erlaubt eine recht umfangreiche Plugin-Programmierung, mit der man die Funktionsweise von Teamspeak noch weiter für sich erweitern kann. Zum Beispiel kann man Musikbots schreiben oder irgendwelche anderen Plugins, zum Beispiel, falls ihr so erwarten seid, dass die Leute, die euch anstupsen, direkt gekickt werden. Ihr könntet das natürlich auch abschalten, aber so nur ein Beispiel, was man da denn so für Plugins programmieren kann. Das Ganze läuft mit C++ und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Ganze installiert und ich gebe euch ein paar Anhaltspunkte, wie ihr da an der Stelle dann weitermachen könnt. Das geht übrigens auch mit Python, aber darum geht es nicht in diesem Video, sondern nur um C++. Dafür einfach mal bei Google nach Teamspeak 3 suchen und dann Vorsicht, nicht Teamspeak.de, sondern Teamspeak.com auswählen und dann hier oben auf Downloads und dann hier auf den SDK und dann runterscrollen. Und dann ist hier Client Customization, Plugin SDK, API, so und so. Also die Version ist egal. Nehmt einfach das, was euch in dem Moment dann angeboten wird. Dann hier einfach Downloaden und dann könnt ihr das schon irgendwo bei euch entpacken. So, und dann sollte das Ganze hier so aussehen, also drei Ordner und eine Readme-Datei. Da könnt ihr dann einfach mal in die Source reingehen und hier dieses VXC Project starten. Übrigens, das Projekt hier einfach immer auf OK drücken, das ist so in Ordnung. Das Projekt an sich ist hier in C geschrieben, geht aber dementsprechend natürlich auch mit C++. So, dann könnt ihr hier, ja, könnt ihr mal das Plugin.c angucken und das Ganze ist hier tatsächlich schon ein Beispiel-Plugin, welches einige Funktionalitäten zeigen soll. Also zum Beispiel hier, wie der Plugin-Name angegeben wird, wie die Version angegeben wird, wie der Autor angegeben wird und so weiter und so fort. Und das ganze Ding basiert dann auf sogenannten Events. Ich suche da mal kurz ein gescheites, um das Prinzip zu erklären. Genau hier, das ist dann das TS3 Plugin on Client Poke Event. Also falls ihr angepokt werdet, falls ihr dieses Plugin installiert bei euch habt, dann wird diese Funktion hier ausgeführt. Und alles, was das hier macht, ist demjenigen zu schreiben, also hier Received your Poke. Also wir öffnen dann den Chat mit demjenigen und wir schreiben demjenigen Received your Poke. Und da kann natürlich wieder eine Menge schief gehen. Auf TS3-Servern kann man eventuell jemand anders nicht schreiben und so weiter und so fort. Alles Mögliche kann da passieren. Deswegen wird hier abgeprüft, ob das Ganze hier den Status-Error-Code OK zurückgibt. Und falls es der Fall ist, dann hat es funktioniert. Und sonst wird hier eine Error-Message geloggt, was eben in der Regel dann bedeutet, dass ihr keine Berechtigung habt, hier zu schreiben. Wenn ihr herausfinden wollt, was es denn so für Funktionen hier gibt für das TS3-Plugin, könnt ihr einfach mal diese TS3-Functions hier öffnen. Das Ganze ist ein Struct. Einfach hier anklicken und dann F12 drücken. Und dann hier nochmal reinklicken und dann nochmal F12. Und dann seht ihr hier alle Funktionen, die ihr hier zur Verfügung habt. Das sind eine ganze Menge. Und das könntet ihr alles in diesen Events hier entsprechend eben triggern. Ihr könnt Leute versuchen zu bannen und so weiter. Wie gesagt, das geht natürlich nur, wenn ihr auch die Berechtigung auf dem Server habt. Sonst kommt eben eine Fehlermeldung, weil das Ganze wäre sonst ein bisschen ein Sicherheitsrisiko, wenn das jeder hier könnte. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Events hier. Ich gehe mal mit STRG- zurück kurz. Also hier jede Menge Sachen. On-File-List-Event und so weiter und so fort. Alles Events. Diese ganzen Funktionen, die ihr hier seht, die werden bei verschiedenen Szenarien eben hier getriggert. Und ihr könnt dann dort machen, was ihr wollt im Prinzip. So, wie könnt ihr jetzt aber euer Plugin hier deployen, also deployen ist vielleicht das falsche Wort, aber so machen, dass ihr es benutzen könnt. Das Wichtige ist zunächst mal, dass ihr hier oben auf Release schalten müsst. So, und das andere ist, wenn ihr eine 32-Bit-Version von Teamspeak installiert habt, dann könnt ihr das alles so lassen. Falls nicht, dann müsst ihr noch was umstellen. Also ihr müsstet dann theoretisch eure Plugins auch in zwei unterschiedlichen Versionen bereitstellen. Einmal in der 32-Bit-Version, einmal in der 64-Bit-Version. Falls ihr eine 64-Bit-Version bauen wollt, dann müsst ihr hier oben auf den Pfeil drücken, dann Configuration Manager. Dann hier auf New und dann hier auswählen, nicht ARM, sondern X64 und dann Create New Project Platform. Das ist so in Ordnung und dann könnt ihr hier Close machen und dann ist es hier oben geschaltet auf X64. So, und das können wir jetzt einfach hier ganz normal oben, ja, Local Windows Debugger, ups, nein, Quatsch, 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 sorry, ganz großer Fehler. Build Solution müsst ihr machen. Hat ihr jetzt bei mir in dem Fall schon gemacht mit dem Local Windows Debugger. Genau, und dann habt ihr eine DLL und zwar ist diese DLL in dem Ordner, wo ihr das Ganze, nein, das ist mein TeamSpeak, genau, in dem Ordner, wo ihr es in Packt habt vorher, also das ganze Projekt. Da ist ein X64-Ordner oder bei 32-Bit wäre das ein entsprechender anderer Ordner und da dann einfach in Release reingehen. Und dann habt ihr hier eine Test-Plugin.dll heißt die, ihr könnt die natürlich auch umbenennen, wie ihr wollt. Da ist dann natürlich ratsam, dass ihr am Anfang vom Code natürlich auch den Namen von dem Plugin ändert. Das ist dann hier TS3-Plugin-Name, müsstet ihr dann entsprechend ändern. Ja, und dann könnt ihr das Ganze auch schon eigentlich starten und zwar könnt ihr dort, wo ihr TeamSpeak 3 installiert habt, da ist ein Plugins-Ordner drin und da einfach mal die DLL rein dragen, also diese Test-Plugin einfach rein dragen, hier drag and drop. Und dann könnt ihr mal TeamSpeak starten und dann solltet ihr auch schon hier oben ein Plugin sehen und da drin ist hier das Test-Plugin aufgetaucht. Also es hat tatsächlich funktioniert und wenn ihr hier auf Extras geht, dann könnt ihr auf Optionen sehen, dass hier das Test-Plugin tatsächlich hier aufgetaucht ist. Also es hat entsprechend hier das Ganze geladen. Und wenn ihr mal rausfinden wollt, okay, wie wird denn das Ganze hier eigentlich gemacht? Dann könnt ihr mal zum Beispiel nach Global-Item gucken im Code. Das ist dann hier Global-Item. Hier wird wohl etwas mit Create-Menu-Item gemacht. Da dann euch mal ein bisschen reinlesen. Ihr müsst hier angeben, wie viele Menu-Items ihr haben wollt. Es gibt hier offensichtlich Unterscheidung zwischen Global, dann könnt ihr, wenn ihr Rechtsklick auf Channel macht, auch irgendwas mit Channels machen. Und bei Clients auch, wenn ihr da Rechtsklick drauf macht, könnt ihr mit denen irgendwas machen. Also keine Ahnung, irgendwie. Ihr könntet theoretisch da ein Menü machen, wo ihr draufklickt und dann wird derjenige mit einer zufälligen Begrüßung angeschrieben, irgendwie im Chat oder so. So Zeug eben. Ja, genau. Und das wäre es dann auch schon soweit eigentlich. Es bleibt eigentlich nur noch eine kleine abschließende Sache. Und zwar hier bei dem Docs ist der Client.pdf. Das einfach mal öffnen. Das ist eine Beschreibung im Prinzip von allem. Also wenn ihr irgendetwas wissen wollt, dann werdet ihr hier garantiert fündig. Und falls ihr von irgendeiner Funktion, die ich euch vorher in der Header-Datei ja gezeigt habe, ob ihr die einzelnen Funktionen rausfinden könnt. Falls ihr davon irgendeiner wissen wollt, wie das funktioniert, dann steht das hier auch drin. Zum Beispiel hier unten, da kann man hier Request, Rename, File. Da sieht man ganz genau eine Erklärung, wie die unterschiedlichen Parameter hier zu benutzen sind. Genau. Gut. Happy Coding!